Hey, hier ist Johannes von ImpactPages und in dieser Episode bekommst du von mir 10 Gründe, wann es sich lohnt, eine Facebook-Gruppe zu erstellen und was die Vorteile sind. Die Episode ist sowohl für Affiliates mit eigener Webseite interessant, die sich quasi einen weiteren Traffic-Kanal erschließen wollen, als auch für alle anderen, die Facebook-Gruppen für ihr Marketing nutzen möchten. Ich zeige auch gleich noch ein paar Bildschirmaufnahmen. Wenn ihr die Folge als Podcast hört, dann könnt ihr einfach rüber wechseln zu YouTube. Das macht dann wahrscheinlich mehr Sinn. Noch ein Hinweis, das ist die erste Episode von insgesamt vier Teilen über Facebook-Gruppen. Deswegen, falls so nicht geschehen und ihr nichts verpassen wollt, abonniert den YouTube-Kanal oder den Podcast. Die erste Frage ist erstmal, wie finde ich heraus, ob sich in meiner Nische eine Gruppe lohnt? Also, da könnt ihr als erstes zum Beispiel mal einfach auf Facebook schauen, gibt es denn schon andere Gruppen zu meinem Thema mit vielen Mitgliedern? Oder, wenn ihr einfach in Google schaut, gibt es schon Foren zu meinem Thema? Ja, weil wenn es viele Foren gibt, weil Facebook-Gruppen sind in dem Sinn nichts anderes als Foren, wenn es da viele Foren gibt, wo auch noch vielleicht aktiv sind oder so, dann ist es schon mal ein Zeichen, okay, dass es auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe lohnt. Oder auf eurer eigenen Webseite bekommt ihr da sehr viele Kommentare unter eure Artikel. Oder schreiben euch ständig Leute per Mail an, weil sie sich mit euch austauschen wollen oder Fragen haben. Dann sind das alles Zeichen, dass sich hier wahrscheinlich eine Facebook-Gruppe lohnen könnte. Wichtig ist halt auch noch, kennt ihr euch in der Nische selbst aus? Oder sind eigentlich eure Autoren, wenn ihr das outsourcet, sind das die eigentlichen Experten? Und ihr könnt da eigentlich gar nicht so viel mit drüber sprechen, ja? Weil dann habt ihr halt einfach das Problem, wenn ihr eine Facebook-Gruppe aufmacht und ihr könnt überhaupt nicht vom Wissen her richtig antworten, weil ihr euch gar nicht damit so auskennt. Dann wird es halt schwierig, ja? Dann ist das eher nicht der richtige Kanal. Und was auch noch wichtig ist, interessiert sich die Zielgruppe einmalig nur für dieses Thema oder über einen längeren Zeitraum, ja? Also braucht die Zielgruppe nur Kurzinfos, kauft das Produkt oder die Dienstleistung und danach hat sich das Thema für die erledigt, ja? Sodass gar kein weiterer Austausch vonnöten ist, ja? Dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige, eine Facebook-Gruppe aufzumachen. Aber wenn das zum Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel das Thema Haustiere ist, ja? Und jemand schafft sich eine Katze an und ihr macht eine Facebook-Gruppe über Katzen, dann ist dieses Thema natürlich über den gesamten Lebenszyklus, wie die Katze bei ihrem Besitzer ist, für diejenigen interessant, ja? Oder genauso ist es auch bei Hobbys, ja? Oder auch gesundheitliche Probleme oder so, ja? Oder sei es nur Abnehmen oder irgendwas, weil sich das halt meistens auch alles über längere Zeiträume zieht. Auch da macht es natürlich wieder Sinn, eine Facebook-Gruppe zu haben. Auch hier sind wieder alle von Vorteil, die ihre Affiliate-Webseite vom Thema her denken und nicht vom Produkt aus, ja? Also niemand tritt in einer Facebook-Gruppe über Bürostühle bei, aber schon eher, wenn es zum Beispiel um das Thema im Homeoffice arbeiten oder gesundes Arbeiten am PC geht, ja? Da könnt ihr ja dann auch Bürostühle bewerben, aber so sollte man die Facebook-Gruppen dann aufbauen. Die nächste Frage, die sich viele stellen, Facebook ist doch tot und lohnt sich deswegen doch gar nicht mehr. Lohnt es sich dann überhaupt noch jetzt eine Facebook-Gruppe zu machen? Ja, klar wächst Facebook nicht mehr im Vergleich zu neuen Plattformen wie TikTok und Instagram bei den Mitgliedern so extrem an, aber ich finde, man kann Facebook auch mittlerweile nicht mehr so vergleichen mit TikTok oder mit Instagram oder Snapchat oder anderen Social-Media-Plattformen, weil Facebook wandelt sich immer mehr. Also die Nutzer sind eher hier da, um sich auszutauschen, ja? Und es nimmt eher den Platz ein von Foren und nicht, um das Abendessen zu posten, ja? Oder wo man ja gerade ist oder sonst irgendwas. Sowas findet jetzt auf Instagram und TikTok statt. Aber auf Facebook, da sind die Leute wirklich mehr zum Austauschen. Also die meisten sind eigentlich nur noch wegen den Gruppen oder vielleicht wegen einem Messenger dort, ja? Und auch Facebook hat das gemerkt und pusht in den letzten Monaten immer weiter die Gruppen, ja? Also so viele Funktionen, wie in den letzten halben Jahren dazugekommen sind, sind gefühlt seit fünf Jahren nicht dazugekommen. Also da tut sich eigentlich sogar was. Und ja, sollte man eigentlich eine Facebook-Site oder eine Gruppe machen? Ja, ganz klar Facebook-Gruppe, weil nur da kann auch wirklich ein Austausch stattfinden. Ich zeige auch mal ein paar Beispiele. Ich schalte gerade mal auf den anderen Bildschirm um, was das Gruppenwachstum von jetzt vier Gruppen, die ich aktuell betreue, sind ältere und neuere, wie sich das so entwickelt hat. Und das wäre hier zum Beispiel einmal eine Gruppe im Tourismusbereich, die aktuell so 3000 Mitglieder hat. Und die hat ein Gruppenwachstum in den letzten 60 Tagen von knapp 4% gehabt. Ist jetzt nicht so viel, aber gut, wir sind jetzt auch gerade im Winter. Es ist jetzt nicht so diese Saison von dieser Facebook-Gruppe von dem Thema, aber es ist auf jeden Fall positives Wachstum. Dann haben wir hier eine Gruppe, das ist im Haustier-Bereich. Ja, da seht ihr, die hat schon 15% Wachstum in den letzten 60 Tagen. Dann hier eine kleinere Gruppe, das ist im Wintersport-Bereich. Dementsprechend auch hier im Januar dieser steile Anstieg. Da bin ich bei 10% Wachstum in den letzten 60 Tagen. Und dann noch eine ziemlich neue Gruppe, die ist aus 2022. 22 habe ich die, glaube ich, erst aufgemacht. Und die hat sich in den letzten 60 Tagen fast um 50% gewachsen. Also richtig extrem. Ist natürlich noch klein mit 500 Mitgliedern. Aber was ich einfach mal zeigen wollte, ist, Facebook-Gruppen funktionieren. Also ich kriege bei den Gruppen jeden Tag neue Mitglieder rein. Natürlich sind auch jede Menge Inaktive mit Sicherheit schon jetzt mittlerweile da Mitglied. Aber die Gruppen wachsen, ja. Und deswegen, also ich finde nicht, dass Facebook auf einem absteigenden Ast ist. Es hat sich nur gewandelt, wie die Leute das mal nutzen mittlerweile. Was sind denn die Vorteile von Facebook-Gruppen? Also zum ersten natürlich mal im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen. Ihr könnt direkt rauslinken, ja. Was ja bei Instagram oder so nur im Profil oder so möglich wäre, ja. Und hier könnt ihr wirklich direkt, klar, einfach in den Beiträgen, in den Gruppen rauslinken. Natürlich wird hier die externe, bei externen Links wird die Reichweite schlechter, ja. Und die werden nicht so krass ausgespielt. Aber mit ein paar Tricks kann man die aber auch wieder erhöhen, ja. Zusätzlich habt ihr einfach eine weitere Differenzierung als Traffic-Kanal, um eure Abhängigkeit von Google zu reduzieren, ja. Weil bei den meisten Affiliates sollte ja die Abhängigkeit wahrscheinlich bei 90% sein von Google. Und so könnt ihr halt einfach da ein paar Prozente wegnehmen, indem ihr Facebook-Gruppen nutzt. Ihr könnt auch in den Facebook-Gruppen direkte Sales machen oder in direkten Austausch mit den Mitgliedern gehen über den Messenger. Und dort sogar Sales machen über Affiliate-Links. Also das habe ich beides hin und wieder, ja. Ihr könnt eure Newsletter-Liste aufbauen, ja, mit dem richtigen Freebie, passend für die Mitglieder. Ihr könnt Content-Ideen bekommen für eure Webseite, ja. Also einfach ein besseres Gefühl für eure Zielgruppe bekommen. Wo drückt der Schuh denn wirklich, ja. Und welche Themen sind denn wirklich spannend und wichtig für die. Das kann man manchmal über eine klassische Keyword-Recherche gar nicht rausfinden, ja. Aber wenn man dann so mitliest in den Gruppen, dann merkt man erstmal, ey, was ist denn wirklich wichtig, ja. Und natürlich hat es auch einen positiven Einfluss auf eure Autorität und euren Expertenstatus, ja. Und den könnt ihr ja auch auf eurer Webseite sichtbar machen, ja. Also wenn in der Cyber oder irgendwo auf eurer Webseite der Hinweis ist, hier, ich habe übrigens eine Facebook-Gruppe mit x-tausend Mitgliedern. Ja, dann sagt es ja was aus, ja. Also das schafft ja Vertrauen, ja, dass wenn jemand auf eure Webseite kommt und sieht, okay, dem folgen schon hier x-tausend Mitglieder. Also der scheint ja Ahnung zu haben, ja. Also dementsprechend ist das auch gut für eure Autorität auf eurer Webseite. Dann eine weitere Frage, die mir gestellt worden ist, wie hoch ist denn eigentlich der zeitliche Aufwand? Also zu Beginn ist er natürlich deutlich höher, ja, weil man die Gruppe erstmal zum Laufen bringen muss. Wie eben jeden anderen Kanal oder eure Webseite auch. Aber gegenwärtig, wenn die Gruppe dann mal so läuft, dann stecke ich vielleicht am Tag 5 bis 15 Minuten rein, ja. Meistens morgens einmal gehe ich kurz rein in meine Gruppen und dann abends nochmal, bevor ich Feierabend mache. Und das war es eigentlich ziemlich, ja. Oder wenn, ich meine, ich habe die Facebook-App auch auf dem Handy. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und habe gerade Zeit, dann schaue ich auch rein und moderiere und mache irgendwas, ja. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Und ihr könnt dafür auch Moderatoren einsetzen in euren Gruppen, die ihr auch für eine Entlastung sorgen, indem ihr Verantwortung abgebt an die. Dazu sage ich auch nochmal was. Das ist dann die Episode 44, wo ich darauf näher eingehe. Die wird sich nennen Facebook-Gruppenverwalten. Dazu dann noch mehr. Genau. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch einen Begrüßungspost einmal die Woche erstellen lassen. Das geht mittlerweile auch automatisch in Facebook direkt. Also müsst ihr gar nicht mehr Hinge machen, sondern ihr könnt das einfach einstellen, wann der rausgehen soll. Und ja, alles in allem ist einfach, sind die Facebook-Gruppen nicht so zeitintensiv wie Instagram, ja. Weil die Gruppen entwickeln irgendwann eine Eigendynamik und ihr habt Möglichkeit der Automatization, ja. Und das ist halt bei Instagram oder so ist das nicht der Fall. Wenn ihr da nichts mehr macht, dann ist der Kanal, dann passiert da nicht mehr viel, ja. Aber bei Facebook-Gruppen geht es weiter, ja. Und was die Automation angeht, da habe ich noch einen kleinen Werbehinweis dazu. Ich nutze seit vier Jahren mindestens das Tool SmarterQ. Das ist ein Social Media Planungstool. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Und damit könnt ihr euch euren Zeitaufwand nochmal extrem reduzieren. Also gerade wenn ihr ein sehr großes Portal habt, ja, also ich sage mal mit mindestens 30 Beiträgen oder mehr, ja, oder hunderte, dann macht es halt einfach Sinn, dass ihr die automatisiert postet. Weil sonst müsstet ihr jedes Mal wieder diese ganzen einzelnen Postings vorplanen. So in diesem, in diesem Tool, also SmarterQ, schmeißt ihr eure ganzen Beiträge rein. Dann wird diese Warteschlange abgearbeitet. Und wenn die fertig ist, fängt er wieder von vorne an. Also ihr habt quasi nur einmal Arbeit, ja, und müsst das alles in das Tool reinstellen. Jedes Mal, wenn ihr einen neuen Artikel habt, schmeißt ihr das einfach da rein und dann wird das abgearbeitet. Und am Ende fängt es wieder von vorne an. Und das sorgt einfach für so ein Grundrauschen an Traffic, den ihr über die Facebook-Gruppen gewinnt, ohne dass ihr noch was machen müsst. Und gleiches kann man auch für die Affiliate-Links machen, ja. Also man kann ja nicht nur eigene Beiträge einplanen, sondern auch direkt Affiliate-Links. Und so sorgt ihr quasi auch immer für ein Grundrauschen, was eure Einnahmen eingeht, ja. Und das Ganze, das kostet, ich glaube, im Moment sind es so circa 16 Euro. Und da könnt ihr schon vier Profile hinterlegen, also sprich bis zu vier Gruppen automatisieren. Also nicht mal vier Euro. Und statt Gruppen könntet ihr auch Facebook-Seiten, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twitter anbinden, wie ihr mögt, ja. Eine weitere Alternative zu SmarterQ ist Blog2Social. Packe ich ebenfalls in die Beschreibung. Wie nutze ich denn jetzt Facebook-Gruppen konkret? Also zuerst nutze ich es vor allem, um meine Mitglieder in die Content-Erstellung einzubeziehen, ja. Also wenn ich in Vorbereitung auch für einen neuen Artikel bin, zum Beispiel im Haustier-Bereich oder Sehenswürdigkeiten für im Tourismus-Bereich oder so, dann frage ich die Mitglieder nach Erfahrung, ja. Und ja, ob sie schon dort waren, jetzt bei Tourismus oder so, was sie empfehlen können oder welche Produkte sie haben und so weiter, ja. Einfach nach ihrer Meinung. Und die Antworten davon lasse ich schon in meinem Briefing mit einfließen und gebe das meinen Autoren. Und nach Veröffentlichung, also wenn der Artikel online ist, dann markiere ich zum Beispiel die kompletten Mitglieder, die sich damals bei Facebook auf meine Anfrage gemeldet haben und beziehe die quasi ein, ja. Und sage hier, danke, dass ihr mitgemacht habt für euer Feedback und der Artikel ist jetzt online. Und dadurch, dass ich die markiere, kriegt dieser Beitrag auch schon mal mit einem externen Link viel mehr Sichtbarkeit. Die Leute interagieren und es festigt die Community, weil die merken, sie werden mit einbezogen und ihr Wissen fließt mit ein in die Verbesserung der ganzen Community und des Portals, ja. Also da kriege ich immer super Feedback drauf. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ein weiteres Beispiel ist, ich habe es auch schon für Testberichte genommen. Also ich wollte erst herausfinden, was sind denn die Top-Produkte in meiner Nische, das war jetzt zum Beispiel im Haustier-Bereich. Und dann habe ich für jedes einzelne Produkt, also ich habe analysiert dann, okay, was sind denn so die wichtigsten Produkte, welches am Suchvolumen könnte ich gut bewerben und ist wie gesagt in meiner Haustier-Gruppe, wird es stark verwendet, ja. Das ging da um Käfige für Haustiere und dann habe ich quasi für jedes einzelne Produkt gefragt, hey, was findet ihr denn an diesem Käfig gut und was findet ihr schlecht und welche Verbesserung und Optimierung habt ihr in dem Käfig vorgenommen oder so, ja. Und das habe ich alles gesammelt und habe aus diesen echten Erfahrungen quasi einen Testartikel gemacht für meine Webseite und habe dann gleichzeitig noch die Leute, wo sich gemeldet haben, haben mich angefragt, ob ich Bildmaterial haben könnte. Natürlich müsst ihr die Nutzungsrechte abklären, aber das Feedback war halt meistens immer ziemlich positiv und die wollten sehr gerne sogar, dass ich Bildmaterial von denen nutze. Und am Ende hatte ich einen fertigen Testbericht mit echten Erfahrungen, einzigartigen Bildern, ohne jemals die Produkte getestet zu haben. Also das ist auch mal ein anderer Ansatz, ja, um an, weil wir, Adam und ich sprechen ja hier öfter darüber, dass wir nur echte Tests eigentlich gut finden, ja, und nicht hier diese ganzen Fact-Tests Affiliates. Und natürlich ist dann immer das Erste, ja, wenn man testet selbst, aber man kann das auch ein bisschen drehen, indem man eigentlich die Zielgruppe, also die Community, die hat das ja schon für einen getestet, ja. Und die Erfahrungen sind ja dann viel vielfältiger. Also ist das vielleicht gar kein schlechter Ansatz auch für euch, auf diese Weise mal einen Testbericht auf eurer Affiliate-Webseite zu erstellen mit dem Feedback eurer Community. Das nächste wäre natürlich, ihr könnt Umfragen erstellen, ja, also die Meinung abfragen zu einem Thema, ja, wie sie die Community-Tests, ja, also zum Beispiel, was ist das beste Hundefutter für Welpen oder welche Software nutzt ihr hier und da und so weiter. Also ihr kriegt einfach ein viel besseres Gefühl für eure Zielgruppe. Oder auch, was ich gerne mache, ich habe bei ein paar Portalen von mir, habe ich die Kommentare auf der Webseite aktiviert und in der Regel kann ich darauf antworten, weil ich das nötige Wissen habe. Habe ich es aber mal nicht. Dann nehme ich als die Frage, poste sie anonym, weil die Funktion habt ihr auch in den Facebook-Gruppen, poste sie anonym in der Facebook-Gruppe und schicke dann die Antworten an denjenigen, der die Frage auf meiner Webseite gestellt hat, ja. Also so könnt ihr quasi eure Community auch nutzen für euch, für nicht vorhandenes Wissen, um Kommentare zu beantworten auf eurer Webseite, ja. Und gleichzeitig auch wieder Traffic draufschieben, indem ihr auch den Link da noch mit reinmacht zu den Kommentaren und dann passiert es sogar manchmal so, dass die Community-Mitglieder auch direkt auf eurer Webseite kommentieren, ja. Und ein weiterer Punkt, wo man dann noch machen kann, sind natürlich Newsletter-Abonnenten einsammeln und Affiliate-Links, die Facebook-Gruppe monetarisieren. Dazu gehe ich aber in der nächsten Folge noch detaillierter ein, für heute soll es das gewesen sein. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Facebook-Gruppen nutzt und falls ja, wie. Alle Links, die ich erwähnt habe, packe ich in die Beschreibung. Und wenn ihr Fragen, Kommentare habt, einfach damit unter das Video, liked und teilt es gerne, wenn es für jemand anderen noch spannend sein könnte, den ihr kennt. Und ja, abonniert den YouTube-Kanal oder den Podcast und dann sehen wir uns in einer der nächsten Episoden. Macht's gut, ciao!